Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Michael Jackson Podcasts. Wir sind mit einer zweiten Folge am Start und mir gegenüber sitzt wieder Tim und mein Name ist Kai und wir haben heute einiges zu besprechen. Einiges? Einiges. Einiges. So steht es auf der Liste. Wir haben hier Listen und wir haben letzte Folge schon angeteasert, dass wir mal über Sachen sprechen wollen, die es noch gar nicht wirklich gibt im Handel oder wo auch immer über Michael Jackson. Über das Estate wollen wir sprechen. Ein bisschen zumindest. Mal schauen, ob wir da übereinstimmen, weil wir haben uns natürlich verschiedene Notizen gemacht. Und damit gebe ich das Wort weiter an dich. Tatsächlich? Womit soll ich anfangen? Also es ist, ich habe das so ein bisschen im Vorfeld, als du sagtest, lass uns doch mal die Folge machen, tatsächlich als zweite jetzt zum Thema Releases oder Wünsche oder Dinge, die eigentlich auf der Liste stehen sollten des Estate, so ein bisschen kategorisiert für mich. Ich habe tatsächlich mal aufgeschrieben, was für Releases gab es eigentlich seit seinem Tod, seit 2009 und was für Dinge müssten eigentlich seit Jahrzehnten auf der Liste der Veröffentlichung stehen, auch noch vor seinem Tod. Denn da gibt es auch so einiges. Und da habe ich so ein bisschen versucht zu unterteilen zwischen Basic Releases, also Dinge, die nun wirklich echt anstehen, weil es sie eigentlich schon mal gab und gar nicht neu sein müssen. Und zwischen Dingen, die vielleicht mehr Fans interessieren und dann auch mehr neue Fans, die Michael vielleicht noch gar nicht kennen. Wie bist du da rangegangen? Ich habe tatsächlich mir nicht so die Gedanken gemacht über Releases, die es jetzt gab seit seinem Tod. Natürlich ist es so, dass ich einiges zu kritisieren hätte. Einiges an den letzten Releases, die es so gab. Ich habe mir aber tatsächlich aufgeschrieben, was irgendwie mir persönlich noch fehlt, aber auch, was gar nicht mir so persönlich fehlt, aber was ich gemerkt habe, was einfach in der Fanbase, ja, was, glaube ich, allen eine Freude machen würde. Also ich habe gar nicht so nur auf mich geschaut, sondern auch geguckt, okay, was ist generell gefragt? Und, ja, das kommt auf jeden Fall bei mir auch mit vor. Ja, aber fang doch mal an. Also ich lasse dir den Vortritt. Ich bin sehr gespannt. Ja, nee, also ich gehe tatsächlich mal von den Releases aus, die es seit seinem Tod gab. Und es gab This Is It. Das war so das Erste, was dann eigentlich kam, wobei man bei This Is It ja nicht von einer, ja, wirklich Neuveröffentlichung sprechen konnte, sondern halt von einem Sampler mit, ja, seinen Greatest Hits quasi, die geplant waren, auch dann live aufgeführt zu werden. Und ich habe bei This Is It, habe ich tatsächlich, ich bleibe mal genau dabei, ich vermisse bei This Is It nämlich wirklich eine Sache seit Tag 1. Nicht nur Michael, natürlich, klar, logisch, das ist ja, liegt auf der Hand, aber ich vermisse vor allen Dingen tatsächlich eine Probenaufnahme. Ich vermisse Live-Versionen der Band, die mit Michael zusammen diese Dinge eben auf der Bühne proben. Und für mich ist dieser This Is It Sampler oder diese This Is It Box, die dann rauskam, die gab es ja auch als Vinylbox, keine vollwertige Veröffentlichung. Es ist einfach nur, für mich ist es ein Best-of-Album, es ist nicht das This Is It-Album, es ist nicht mal ein Soundtrack. Ja doch, ein Soundtrack ist es irgendwo, aber halt auch nicht mehr. Und im Prinzip ist es das, was ich vermisse. Und jetzt wird gerade wieder This Is It gefeiert als Jubiläum, was allein schon irgendwo für mich fragwürdig ist. Aber gut, das sei dahingestellt, das ist das eine. Und dann schaffen sie es halt wieder nicht und bringen stattdessen irgendwelche komischen Shirts und überteuerten Hoodies und Masken. Und ein paar Sachen davon sind irgendwie auch, waren so ganz nett, aber zu so Preisen. Ich weiß nicht, ob du mal geschaut hast, auf der Homepage gab es zum Beispiel die This Is It Box, diese neue Box für 539 Euro. Das muss ich mir auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe es gerade nochmal nachgeschaut vor der Sendung. 539 Euro, verdammte Axt. Was war da los? Ja, was war da los? Erstens, ich stimme dir ja vollkommen zu, dass es sehr fragwürdig ist, überhaupt dieses Release irgendwie zu feiern. Also mal abgesehen davon finde ich es schon eigenartig ein 10-Jahres-Jubiläum zu machen, weil irgendwie, also ich sehe das, ehrlich gesagt, habe ich das selten gesehen bei irgendwelchen Künstlern, dass nach 10 Jahren irgendwas großartig gefeiert wird mit einem Re-Release. Vielleicht wird es mal irgendwo erwähnt, hey, heute 10 Jahre, aber das war es auch. Es ist fragwürdig, weil das Ganze hat ja auch irgendwie mit Michaels Ableben zu tun, was für die Fans nichts zu feiern ist, so wirklich. Und der Film an sich, this is it, war ja auch eher eine traurige Angelegenheit. Also das zu feiern, habe ich nicht verstanden und ich habe das auch gesehen an Tag 1, dieses Release und habe nur den Kopf schütteln können. Und es war ja tatsächlich so, dieses Release war irgendwie limitiert, glaube ich auch, auf, keine Ahnung, auf 1000 oder irgendwie sowas. Aber es gibt noch eine Sache daran, ich hoffe, ich kriege die jetzt richtig zusammen, die wirklich unverschämt war. Ja, und zwar, und da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, dass die Tickets, die wir damals kaufen wollten, beziehungsweise gekauft haben für die Tour oder für die Shows in London. Damals war es so, du hattest die Option, hey, willst du dein Geld zurückhaben und du schickst das Ticket auch zurück oder willst du das Ticket behalten, weil das jetzt irgendwie Sammlerwert hat oder so. In dieser This Is It Box war ja tatsächlich auch ein Original-Ticket enthalten. Ja, war es ein Original-Ticket wirklich? Ja, ja, das Standsehen fällt so da. Natürlich kann das jetzt keiner beweisen. Die können ja auch einfach nur schreiben, dass es original ist, war aber enthalten. Und wenn es tatsächlich echte Tickets waren, so wie es gesagt wurde, ist das natürlich ein bisschen unverschämt, weil das sind eigentlich Tickets, die den, entweder den Fans zugestanden hätten damals. Sorry, jetzt habe ich mich ein bisschen verhaspelt, aber... Nee, ich verstehe, was du meinst. Du verstehst, was du meinst. Also die kommen jetzt mit 500 Euro und mit so einem Ticket da drin, was irgendwie ein bisschen unverschämt ist, weil damals hieß es doch irgendwie, ähm... Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst, aber da bin ich anderer Meinung. Sorry, ich bin noch müde. Das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders, weil ich glaube, dass einfach die Menge an Tickets, die sie bestimmt hatten, da nicht so die Rolle spielen. Ob du jetzt 500 oder 1000 Tickets zurückhältst von einem Stadion, was vielleicht 50.000 fasst oder 40.000, das steht dann, glaube ich, nicht so in Relation, zumal ja auch nicht alle Tickets, doch, klar, die wurden alle verkauft, aber sie wurden gar nicht alle verschickt. Insofern, das finde ich gar nicht so schlimm, das finde ich sogar als Gimmick noch ganz geil. Also das würde ich ihnen sogar noch als positiv anzetteln, dass sie sagen würden, okay, da ist ein ganz cooles Gimmick irgendwie mit drin, aber es rechtfertigt halt einfach den Preis nicht. Nee, gar nicht. Es ist zwar diese LED-Box gewesen mit diesen Lämpchen drin und zipp und zapp und da, und das Ticket ist irgendwie, steckt in so einer Plastikbox irgendwie drin und den Coffee-Table-Book mit den Aufnahmen, aber das hast du in der Vinyl-Edition sonst eigentlich auch, nur vielleicht nicht so fest gebunden. Ich fand, also dieser Preis ist einfach komplett überzogen, muss ja aber auch jeder wissen, ob er sich das anschafft oder nicht. Richtig, ja, der Preis war tatsächlich einfach zu teuer, weil einfach nichts auch wirklich enthalten war, was man irgendwie haben musste. Ich sag mal so, es war halt die normale Blu-Ray enthalten oder DVD, dann gab es, glaube ich... Mit 3D-Fassung. Genau, aber das ist ja, dann sind ja, das ist ja nicht alles 3D, das sind ja nur die Smooth Criminal Thriller und, äh, war es das schon? Ich glaube, das... Da ist, glaube ich, ja, die Aufnahmen für... Earth-Song? Ja, genau, und ich glaube, they don't care about us. Die sind auch normal. Okay. Ich hab die hier auch stehen, das ist so eine Promo-Blu-Ray. Und das ist ja quasi so, das ist ja quasi so, der ganze Film ist normal und dann sind diese Sequenzen in 3D, die maximal 3 Minuten alle gehen irgendwie. Also, nicht alle zusammen, sondern jede Sequenz geht ja nicht wirklich lang. Äh, das ist für mich... Also, es gibt's ja schon länger und das war damals für mich auch nicht so ein Grund, mir das jetzt zu kaufen. Ähm, vor allem hab ich ja auch gar keinen 3D-Fernseher, also... Ähm, genau, ja, das Release war sehr, sehr enttäuschend und irgendwie fehl am Platz. Also, vielleicht wäre es so, dass es cool wäre, es irgendwie zu haben, aber ich hab einfach keine 500 Euro oder Dollar dafür übrig und ich glaube, so ging es halt vielen Fans und das war auch, glaube ich, der Hauptgrund, warum es da so einen Shitstorm gegeben hat. Punkt. Punkt. Ähm, ja, ich hab auf meiner Liste ganz oben stehen, und jetzt kommt eine große Überraschung, nämlich die Konzerte. Natürlich. Natürlich haben wir, wir haben zwei Konzert-Releases, äh, auf DVD, das ist natürlich einmal Wembley 88 und Bucharest 92. Ähm, ich spreche aber darüber, dass, dass es natürlich, also, es ist schon komisch, dass, dass Michael Jackson ist so ein großer Künstler und hat so viele Fans und hat so außergewöhnliche Shows gespielt und, und ich mein, wir haben nur zwei Konzerte, Konzerte in nicht mal guter Qualität irgendwie veröffentlicht bekommen, äh, und wir alle wissen irgendwie, da wurde aber irgendwie mindestens irgendwie drei, vier Konzerte von der Bad Tour zumindest wurden auf Film aufgenommen, welche machbar sind jetzt heute, äh, in 4K, glaube ich sogar, oder höher, ich weiß nicht, kommt auch darauf an, wie viel Millimeter Film das war. Äh, äh, das fehlt uns total und das ist, glaube ich, so auch eine, eine, eines der Dinge, die sind so sehr gewollt von den Fans, ähm, das ist eine Sache, da müssen wir aber gar nicht so viel drüber diskutieren, weil, ähm, ja, ich glaube, das ist so ziemlich klar einfach, ich glaube, da gibt es gar nicht so, ich meine, was will man da reden, es ist super enttäuschend, dass wir das nicht komplett sehen, aber trotzdem dann in einer Spike Lee Dokumentation oder in irgendwelchen Dokumentationen dann aber trotzdem, äh, Ausschnitte sehen in super Qualität und dann wird uns aber gesagt, wir haben das aber nicht in der Qualität. Das ist ein bisschen fragwürdig und, ähm, es gibt ja mittlerweile auch tatsächlich Leute, ich glaube, der Name war Warren Eagles, einer, der damals tatsächlich, äh, im, äh, im Team war, im Filmteam der Bad Tour, der hat vor kurzem auch öffentlich erzählt, dass er, damals haben die eine komplette Show der Bad Tour aufgenommen, auf Film und er war in dem Team, ähm, die das geschnitten haben, also die hatten, hatten das komplett fertig geschnitten. Das ist, das ist, irgendwo liegt ein Konzert, äh, Filmaufnahmen in, was weiß ich, wie, wie guter Qualität, mindestens HD, fertig geschnitten. Aber was für eine Stadt weißt du nicht? Eins, eins, eine der Wempley Shows. Okay, eine der Wempley Shows. Aber nicht, nicht die vom 16., ähm, 16. Juli, für alle, die jetzt sich wundern. Ähm, genau, und das ist einfach super schade, dass da irgendwie auch gar nicht so, man hat nicht das Gefühl, die wollen, die, also man hat nicht das Gefühl, die haben auch Interesse daran, das zu releasen. Und, äh, das Estate sagt ja selber bei vielen Sachen so, ja, das ist halt, das, äh, lohnt sich nicht, das will ja keiner. Und dann liest man aber alle, alle Fans, die irgendwas schreiben von wegen, wir wollen das so unbedingt, wir würden dafür so viel bezahlen. Und, äh, das ist, ach, das macht mich traurig. Ja, beziehungsweise ergänzen würde ich's durch, wenn's, selbst wenn's keine Filmaufnahmen vernünftige gäbe, äh, dann zumindest aber, und da behaupte ich doch dann auch, dass es die gibt, auch wenn ich keinen Zugriff auf Archive habe, aber physische Releases als CD oder Vinyl, dass man einfach da Live-Konzerte auch mal veröffentlichen sollte. Und mal zugänglich machen sollte. Und das, finde ich, sollte schon möglich sein. Das, was du gerade sagtest, diese Orientierung quasi an den Fans oder Nicht-Fans. Ich hab mal irgendwann vom Estate, das ist noch gar nicht so lange her, da war die Begründung auch, dass gesagt wurde, ja, das spricht halt einfach nur eine sehr kleine Gruppe, oder was heißt kleine Gruppe? Das nicht, aber es spricht halt einfach nur die Fangruppe an und natürlich ist das wichtig für sie, aber, ähm, sie wollen halt auf Nachhaltigkeit und den Namen Michael Jackson lange in aller Munde behalten, äh, halten und das eben fördern, sein ganzes Erbe. Und deswegen richten sie sich mehr an Nicht-Fans oder an Neufans und, ähm, veröffentlichen halt, veröffentlichen halt dementsprechend dann auch die Dinge, die sie tun. So wie Scream zum Beispiel ja auch dann wieder ein Halloween-Sampler war. Also diese Orientierung, glaube ich, an dieser ganz neuen Gruppe an Menschen, die ihn vielleicht gerade erst entdecken für sich, weil es jetzt ja auch schon wieder elf Jahre her ist, dass er gestorben ist. Also ich glaube, die wird sehr hochgehängt und dadurch sind solche Releases, die wir eigentlich wollen, gar nicht so entscheidend für die ganze Politik, die da, ähm, ja, die da betrieben wird. Ja, naja, ähm, ich kann das nachvollziehen, allerdings finde ich, wenn das SZ sagt, ähm, natürlich sind uns aber die richtigen Fans auch wichtig. Also ich finde es halt komisch, weil es anscheinend ja doch irgendwie nicht so sehr, weil es kommt ja absolut nichts für die richtigen Fans. Nee, mittlerweile nicht mehr, das stimmt. Mittlerweile nicht mehr, ähm, ja. Es wurde ja mal so begonnen. Es war ja durchaus durch, es gab ja durchaus auch Releases, die, äh, in diesen elf Jahren jetzt waren, die wirklich großartig waren. Also behaupte ich jetzt mal, ich fand zum Beispiel, alles, was um Bad 25 passiert ist, war der Hammer. Ja. Und eigentlich genau so, wie ich es mir erwünscht und gehofft hatte, äh, für diejenigen, die auch das nicht mitgekriegt haben, weil sie vielleicht noch zu jung sind oder das auch nicht so verfolgt haben, zu der Bad 25 Jahre, ähm, Jubiläumsgeschichte, da war Michael halt auch schon tot. Und da gab es dann, ähm, zum Beispiel, also das, was ich da rausgezogen habe für mich, war ja dieser Bad Koffer, der in der Optik der Uniform war, in schwarz, in schwarzem Leder, Kunstleder, wie auch immer, auf jeden Fall jeder, aufklappbar mit einer 7-Inch drin und mit einem Tourprogramm drin und einem, äh, Backstage-Pass als Replik, also kein Original, aber zumindest eine Replik. Das Wembley-Konzert war mit drin, als CD und als DVD, also richtig, richtig geil, Special-T-Shirt war drin und das Ganze war auch nicht billig, aber ganz weit entfernt von 539 Euro, ganz, ganz weit entfernt davon. Also es war mir das Geld wert. Ja, absolut, es war mir das Geld absolut wert und es war auch gerechtfertigt, es war natürlich zu teuer, aber das sind Box-Sets ja meistens. Aber das hat gefehlt und dann kam dieses Dangerous 25, eigentlich 25, und es war, nee, es kam gar nichts. Es kam nur Online-Celebration. Ja, mau. Ja, es gab nichts. Also zum hundertsten Mal, jetzt haben wir die Videos auch auf Vimeo oder jetzt gibt's die Videos auf YouTube. Oder tatsächlich die Songs nur. Klasse, ja, total geil. Tatsächlich nur die Songs und auch Videos und so auch nur in, also Standardqualität, so schlechter als auf der DVD. Ja. Das war, das war super enttäuschend. Genau. Und ja. Insofern dieser Wunsch auch nach den Live-Konzerten für mich absolut nachvollziehbar und damit auch wieder in Verbindung. Ich muss gerade wieder ganz, ganz viel verbinden, weil das passt alles so zusammen. Du sagtest, ganz am Anfang sagtest du, ja, Dinge, die noch nicht veröffentlicht worden sind. Es gibt Videos, die veröffentlicht worden sind, also Kaufkassetten, VHS-Kaufkassetten früher, die nie wieder auf den Markt gekommen sind, wobei jetzt längst die Zeit gewesen wäre. Ja. Es gab diese alte Doku, The Legend Continues, gut, die ist ein bisschen in die Jahre gekommen, klar, die ist natürlich sehr 80er-mäßig und so und auf dem Stand auch stehen geblieben. Trotzdem könnte man die rausbringen. Making of Thriller, das war ein Hit, es war ein Verkaufshit, das Teil. Das ging auf dem Heimvideomarkt auch eine Innovation, sowas überhaupt rauszubringen, damals war ja nicht selbstverständlich. Und super, super cool, der komplette Thriller-Kurzfilm nochmal drauf, den hat man jetzt natürlich auch schon auf etlichen Medien, ist klar. Aber diese ganze Making of Doku dazu, wer weiß, ob das nochmal kommen soll, eigentlich wäre es längst an der Zeit gewesen. Ghost ist auch so ein Stichwort. Also es gibt ja ganz, ganz viel Material, was nie wieder rausgekommen ist. Was mit dem? Ja, da hast du mich quasi, also das habe ich auf der Liste stehen, tatsächlich Thriller 3D. Zum einen, ich glaube, du hast es auch gesehen, Thriller in 3D. Nein, du hast es gesehen. Nein, habe ich nicht. Ich hatte tatsächlich, ich habe tatsächlich 2017 zwei Tickets gewonnen. Genau, du warst in Berlin, glaube ich, ne? Die in Berlin, diese Party, wo dann, da liefen einige Musikvideos und der komplette Ghost-Film auf Großleinwand im Kino und dann Thriller in 3D und 4K. Und auch die Tonspuren wurden nochmal neu abgemischt und alles. Und es war wirklich der Hammer, muss ich sagen. Und da gibt es halt auch eine Sache, die kann ich nicht ganz nachvollziehen. Denn 2017 hat das Estate wirklich, es war zumindest John Branker vom Estate, hat irgendwo, ich glaube, es gibt sogar ein Video davon, quasi versprochen, dass dieses Thriller 3D rauskommen wird 2018. Ist nicht passiert. 2018 hieß es dann so, wir wollen doch noch bis 2019 warten. Jetzt haben wir 2020, ist es nichts passiert und es ist super schade, weil irgendwie auch Thriller in 3D läuft eigentlich jetzt auch nicht mehr wirklich. Vielleicht heben die sich das jetzt immer für Halloween auf oder so, aber ich finde es schon sehr schade. Und ich glaube, auf lange Sicht wird es auch nicht funktionieren, dass du jedes Jahr wieder Thriller in 3D zeigen kannst und alle dann wieder hinrennen. Ich glaube, irgendwann ist halt auch Schluss. Aber es lief auch danach nicht mehr in 3D, oder? Doch, es lief in den letzten Jahren. 2018 irgendwann nochmal. In Deutschland? Das weiß ich nicht. Okay. Und dazu zählt für mich natürlich auch Ghosts, weil da wurde auch gesagt, wir wollen das auch in 3D rausbringen, etc. Ist halt auch nicht passiert und das nicht nur, also nicht nur, dass es im Kino gezeigt wird, sondern halt auch einfach, dass es für zu Hause auf Blu-Ray erscheint, sind für mich Sachen, die fehlen. Ich würde mich sehr darüber freuen, gehört aber fast schon mit zu den Sachen, die ich eher so in die allgemeine Fan-Community stecken würde. Also ich glaube, das ist etwas, das wollen sehr viele. Und dasselbe gilt auch direkt für Captain EO. Das muss ich auch mal sagen. Aber ich glaube, da gibt es Probleme, weil Disney da auch Rechte dran hat und ich glaube, die können da gar nicht so viel machen momentan. Nee, Captain EO ist glaube ich auch tatsächlich wirklich so festgelegt auf die Disney Parks, dass da war ja auch von vornherein gar keine Veröffentlichung jemals vorgesehen. Das ist einfach so ein Park-Special. Du hast Captain EO nie im Kino gesehen, also nie im Park gesehen, ne? Okay. Ich war noch nie dort. Achso, was? Bitte. Ey, wir haben kein Geld gehabt früher, also nicht viel Geld. Also das war völlig, also ich habe das als Kind öfter mal gesagt, ey, ich will mich da mal unbedingt hin, aber viel zu teuer. Definitiv, ja, schon, klar. Nee, ich war jetzt auch nicht jeden Urlaub in sowas drin, das ist tatsächlich sehr teuer. Nee, aber absolut empfehlenswert natürlich. Gut, ist jetzt natürlich auch zu spät. Lief ja nochmal irgendwann 2009 oder 2010, 11, irgendwann lief es nochmal im Disneyland. Da hatten wir es nochmal kurz aufgenommen, da habe ich es auch nochmal gesehen. Aber ich habe es auch früher gesehen schon. Was ich sagen kann, und das ist jetzt eine super Insider-Information, Captain EO existiert auf Film und zwar in Händen von Sammlern. Mehr kann ich dazu nicht sagen, aber das ist auf jeden Fall Tatsache. Ich habe es nicht gesehen, aber ich habe quasi Bilder gesehen. Das ist auch nichts, was an sich verboten ist, weil das tatsächlich irgendwer gekauft hat, aber trotzdem ist das Release, natürlich können die Leute das nicht einfach jetzt verschenken oder hochladen im Internet oder so. Das wäre halt ein Verstoß gegen Copyright und so weiter. Das heißt, das wird halt bis auf weiteres im Privatbesitz bleiben, was schade ist, aber man kann es halt auch verstehen. Aber das gibt ein bisschen Hoffnung, dass es vielleicht irgendwann tatsächlich dann doch nochmal kommt und dann auch in mehr als Videokassettenqualität. Ich würde es mir auf jeden Fall offiziell wünschen. Also ich möchte gerne offizielle Releases. Genau und ja, ich würde dir den Vortritt nochmal lassen auf deine Liste, weil ich habe gar nicht mehr so viel tatsächlich, aber ich will, dass wir da hier beides fair in die Minuten, in die Stunde reinkriegen. Ach, das ist alles gut, glaube ich. Da werden wir uns schon irgendwie zurechtfrickeln. Ich habe mir mal nochmal angeschaut, ein Video, was ich auf MJJ Reviews gemacht habe vor, weiß nicht, muss auch so zwei, drei Jahre gewesen sein, als dieser Cartoon rauskam. Also quasi das letzte Video, was wir da gemacht haben. Nee, 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 da gab es schon noch was danach, aber auf jeden Fall, ich hatte schon mal so ein, wenn ich im Estate säße, was würde ich alles machen und da hatte ich mal ein Video zu gemacht und da habe ich mir so ein bisschen mal rausgeschrieben nochmal, was ich da eigentlich mal gesagt habe und eigentlich deckt sich das immer noch mit dem, was ich heute immer noch will. Insofern, erzählt das einfach mal ganz kurz. Also ich könnte mir tatsächlich deswegen auch dieses Unterteilen in verschiedene Genres. Diese Basic-Releases, die wir gerade schon gesagt hatten, die Videos, die es schon mal gab, Live-Tourneen mal abdecken vernünftig, This Is It mal vernünftig rausbringen, wenn man das schon nochmal plant. Und das ist natürlich klar, so, das sind die Basic-Sachen für mich. Dann hätte ich unheimlich gerne eine, eigentlich gehabt, eine Fortsetzung dieser 25-Geschichte, die aber eben nicht stattgefunden hat. Also selbst zu History funktioniert das ja jetzt gerade nicht. Da haben sie noch ein bisschen mehr als bei Dangerous, da kann man sie jetzt zumindest überteuerte T-Shirts kaufen. Ist nur meine persönliche Meinung, aber naja, okay. Ich stimme zu. Ansonsten Dokumentationen über das zum Beispiel Tourleben hätte ich gerne gehabt. Aber das sind alles so Dinge, die würden dann in diesen Boxen mit drin sein können. Zum Beispiel bei Dangerous 25. Und beim Merchandise, genau, du sagtest am Anfang, ich bin mehr so der Merchandise, du mehr so der Film. Das ist schon gar nicht so verkehrt. Ich hätte nämlich unheimlich gerne wirklich, also ich finde Merchandise super. Bin immer schon ein riesen Merchandise-Fan gewesen und sammle ja sowas dann auch. Und ich fände einfach total geil, eine Classic Edition rauszubringen. Das habe ich damals schon gesagt und ich fände super cool, einfach wenn man sagt, okay, es gibt jetzt einfach dieses Jubiläum oder auch mal unabhängig vom Jubiläum, es gibt eine Bad Classic Edition. Es gibt Tour-Shirts, die es auch wirklich auf der Tour gab, nochmal rausgebracht. Es gibt Anstecker, Pins, keine Ahnung. Also es gibt diesen Tour-Stand quasi online und man hat eine gewisse Zahl, es ist halt vielleicht limitiert, ist dann ja auch ganz cool. Und man kann diese Dinge als Classic Edition kaufen. Und zusätzlich wirklich ein neues Merchandise vielleicht rauszubringen, was auch mal ein bisschen innovativer ist als eine Tasse Kaffee, also als eine Kaffeetasse, andersrum. Oder die dritttausendste Cap, wo nur ein MJ draufsteht, was auch einfach wirklich, also es ist Geschmackssache, aber ich finde die einfach nicht ansprechend. Kann man sich auch selber machen für Künstler. Ja, und ist dann noch geiler. Das ist immer das Problem. Ich habe vor kurzem von Hector Bargeau, der macht ja in Frankreich das, was wir in Deutschland machen, nur in größerem Stil, weil der einfach eine Riesensammlung hat. Und der hat sowas ähnliches auch mal gesagt. Der hat mal verglichen, die offiziell rausgekommene Thriller-Jacke, es gab die wohl mal irgendwie zu kaufen, vor gar nicht so langer Zeit. Und eine, die er online gekauft hat, von einer ganz unabhängigen Firma, nicht offiziell lizenziert. Und die offiziell lizenzierte hatte eine deutlich bessere Qualität als die offizielle. Auf der offiziellen stand hinten auf dem Rücken fett Thriller drauf und er hat sich echt mokiert und sagte, warum schreibt man auf die Thriller-Jacke hinten drauf Thriller? Wir wissen, dass es die Thriller-Jacke ist. Man muss hinten drauf nicht fett Thriller schreiben. Und dazu auch noch in einem drauf gebügelten Billigbild, was beim fünften Waschen abgeht. Also er hat sich richtig aufgeregt und ich konnte es verstehen. Und eigentlich ist das, was so fehlt. Es wird veröffentlicht ohne Mut, ohne Innovation. Es wird Wert gelegt auf, boah, keine Ahnung, Hauptsache irgendwie die Masse stimmt. Bei History ist es für mich absolut die Masse. Es gibt 50 T-Shirts irgendwie gefühlt und alle sind irgendwie nur so halb geil. Und irgendwie, das fehlt mir. Also eine vernünftig durchdachte Merchandise-Linie. Und damit einhergehen und damit beende ich das und gebe das jetzt auch direkt zu dir weiter über. Mir fehlt, weil ich so ein Typ bin, der sowas nutzen würde, ein richtiger Fanclub. Also ein richtig offizieller Fanclub. Es gab den, oder es gab und gibt auch noch den Malibu-Fanclub. Der hat auch super Arbeit geleistet immer. Und Malibu hat halt einfach, weil es natürlich Privatleute sind, können die natürlich einfach nicht die Zeit reinstecken, die da notwendig wäre. Und können jetzt auch das Printmagazin nicht weitermachen. Das kreide ich ihnen in keiner Weise an. Im Gegenteil, das verstehe ich total. Aber gerade deshalb bräuchte man eigentlich wirklich einen offiziellen Fanclub. Wenn man schon neue Fans auch binden möchte, vielleicht. Ich weiß nicht, ob die Zeit für sowas noch da ist in diesen Online-Zeiten. Aber mit einem Magazin, also ich persönlich fände toll ein Printmagazin dabei, kleine Specials vielleicht, ein Online-Archiv, wo man vielleicht auch auf Live-Aufnahmen mal zugreifen kann und die mal hören kann. Das wäre der Wahnsinn. Das wäre der Wahnsinn. Also einfach wirklich mal sowas. Und da würde ich auch eine Jahresgebühr für bezahlen. Total. Da wäre ich mir auch nicht für zu schade. Das wäre okay. Das wäre kein Ding. Und ich glaube, da hätten sie sogar wirklich die Möglichkeit auch, selbst wenn sie es nur online machen würden und guten Content bieten würden. Und ich glaube, damit könnten sie auch wirklich neue Fans binden und die alten sogar auch zufriedenstellen, wenn man eben nicht die ganzen CDs so rausbringt, wie wir es wünschen. Aber dann sagt, okay, wisst ihr was, wir geben euch aber Zugriff auf ein bestimmtes Archiv, das wir für euch zusammengestellt haben. Und da könnt ihr Dinge hören, anstatt das bei YouTube selber zu machen oder irgendwie Halbseiten hochzuladen oder so. Ja, ich bin, muss sagen, also an so Classic Editions, Releases, würde mich auch ansprechen mit vernünftigem Merch. Würde ich mir auch kaufen tatsächlich. Und ich stimme dir auch vollkommen zu, was Konzerte betrifft, die können natürlich innerhalb einer 25 Edition oder so released werden. Die müssen nicht als Standalone erscheinen. Allerdings würden sie das, glaube ich, weil das haben sie ja auch bei Bad 25, haben sie ja auch das Wembley-Konzert nochmal als alleinstehende DVD rausgebracht. Was ich cool finde, was ich ein bisschen nicht cool finde, ist, dass sie einfach die CD, also die Live-CD, nicht alleinstehend veröffentlicht haben. Ja, siehst du, das schon wieder. Und auch nicht als Platte, auch nicht als Vinyl. Nein, schon wieder so ein Ding, Details. Ja, und es gibt auch noch, also ich habe hier noch etwas, was ich auch eher so als kleines Favor für die Fan-Community quasi einordnen würde. Und zwar, das habe ich auch oft gelesen, das wären einfach, dass History und Blood on the Dance Floor nochmal als Schallplatte erscheinen, so wie sie damals erschienen sind. Denn History und Blood on the Dance Floor gehören zu den Schallplatten. Wenn du die jetzt kaufen willst, bei History sind es irgendwie, geht es ab 200 Euro los, dass du die vielleicht kriegst. Blood on the Dance Floor kriegst du auch, also es kostet auch ordentlich Geld, weil die beiden Platten einfach seltener sind. Und die nochmal alleinstehend zu releasen, das wäre eigentlich sehr schön als Schallplatte, weil dann auch mal man das für einen normalen Preis haben kann. Weil nicht alle, also es ist ja nicht allen total wichtig, dass es ein Original-Release von 95 ist oder von 97, sondern einfach, dass es immer noch die Original-Platte ist, auch wenn sie jetzt nochmal neu gepresst wurde, das ist ja, also ich würde es kaufen, ist nicht auf meiner total Most Wanted-Liste so, aber ja. Doch stimmt, würde ich aber tatsächlich auch. Ich habe die History hier stehen und du hast ja die Blood on the Dance Floor. Ich habe nur die Blood on the Dance Floor. Genau, richtig. Und ich würde mir die History auch nochmal kaufen. Die gab es, das Einzige, was es ja jetzt gab tatsächlich bei dieser Diamond Celebration, war vor, ich weiß nicht wann das war, vor zwei Jahren oder so, da kamen ja die Studio-Alben mit Ausnahme von Blood on the Dance Floor wieder als Picture-Discs raus, als Picture-Vinyl und die habe ich auch in der Box und im Prinzip ist da ja alles tatsächlich auch drauf, aber es stimmt schon, es fehlt natürlich wirklich das Gatefold-Cover und das Booklet dazu, also das Re-Release und auch so ein Ding, was nicht nachvollziehbar ist. Es werden ja fast alle Alben mittlerweile nochmal neu rausgebracht, einfach weil die Leute das kaufen. Ständig, genau. Und warum macht man das da nicht? Und warum Blood on the Dance Floor nicht? Wahrscheinlich nur, weil es als Filmex-Album durchgeht. Ja, weil es halt niemand als richtiges Album ansieht. Ja. Aber ich habe tatsächlich die Diamond Collection, oder wie es hier heißt, nicht als Box, weil ich das einfach nicht mehr bekommen habe, ich war einfach zu spät. Und der Preis wurde ja dann später nochmal gesenkt. Der war ja auch erst höher und wurde dann etwas runtergebracht wieder, weil sie alle beschwert haben. Und das war dann auch der Grund, warum ich es mir dann auch kaufen wollte, war aber nicht mehr da. Deswegen habe ich die ganzen Platten mir einzeln dann wenigstens gekauft. Ja. Und da muss ich sagen, das war ein Release, das war schön. Ja, genau. Da war jetzt nicht irgendwie total viel Neues, aber das waren Picture, also doch, die waren ja an sich neu, weil so von jedem Album eine Picture, Vinyl, teilweise auch Doppelalben, fand ich schön. Habe ich mir gerne gekauft und ja, sie sehen auch schön aus, muss man sagen. Ja, genau. Das war eins der Releases, das kann ich nicht verachten so. Nein, eine der Sachen, die gut gelaufen sind, genau. Finde ich auch. Genau, aber es gibt eine Sache, die habe ich, da muss ich nochmal kurz zurück, du hast die Short-Filme erwähnt oder die Kurzfilme oder die Musikvideos. Die gibt es ja auch, die sind ja auch rausgekommen auf der Visions-Box. Genau, ja, richtig. Ja, und das war eigentlich an sich auch ein cooles Release, weil einfach alle Musikvideos auf vier Discs, glaube ich, oder drei zusammen waren. Was allerdings an diesem Release wieder nicht gut war, war zum einen halt wieder die Tatsache, dass es eben nicht, also es waren immer noch die VHS-Qualität-Videos und das kam, glaube ich, 2011 raus. Für 2011 einfach, die Qualität ist da einfach nicht mehr der Zeit entsprechend, was aber halt natürlich wieder ein bisschen unverschämt war. Das haben viele nicht bemerkt, da steht vorne, ist ein Sticker oder so drauf und da steht auch drauf, Digitally Remastered. Also es steht drauf, dass es digital nochmal restauriert wurde, die Videos, was aber definitiv nicht der Fall ist. Also teilweise ist die Qualität da schlechter, als auf den DVDs, die 1997 rausgekommen sind. Das ist ein Detail, das haben viele nicht bemerkt und ich frage mich, ey, warum schreibt man das da drauf? Weil deswegen habe ich es mir halt auch gekauft, weil ich mir dachte, okay, das wird ja dann irgendwie wahrscheinlich coole Qualität sein. Ist halt zum Teil schlechter als die Original-Releases aus den 90ern. Also das Release an sich kann man nichts gegen sagen, aber so wie es umgesetzt ist, ist wieder ein bisschen zu, also ich persönlich habe da etwas zu bemängeln und zwar, dass da halt drauf steht, die sind irgendwie restauriert, was sie aber tatsächlich nicht waren. Das weiß ich nicht, das habe ich nicht gesehen. Ja, also musst du mal in deiner Sammlung gucken. Ich glaube, ich glaube, es steht drauf. Genau, ich bin auch fast schon durch mit meinen Sachen, die ich aufgeschrieben habe. Was hast du denn noch stehen? Hast du noch was Interessantes? Ne, das sind tatsächlich so die Hauptdinge, die ich wirklich drauf habe, an den Veröffentlichungen, die ich eigentlich gerne möchte. Damit ist ja eigentlich auch fast alles abgedeckt. Man könnte natürlich, klar, könnte ich dir jetzt genau sagen, was ich in den einzelnen Boxes alles drin haben möchte, aber ja, also im Prinzip deckt sich das so wie die... Das wird so nicht erscheinen wahrscheinlich. Ne, das würde dann tatsächlich, das denke ich auch nicht und das wird wahrscheinlich den zeitlichen Rahmen dann irgendwann tatsächlich sprengen. Aber ich würde so sagen, wirklich das, was zu Bad 25 rausgekommen ist, daran kann man sich ziemlich gut orientieren. Und das war, wie immer ist Bad irgendwie die gute Zeit, ne? Wir hatten das in der letzten Folge ja auch schon quasi, dass wir die Bad-Zeit einfach so als unsere Zeit irgendwie, die wir am liebsten mögen, fast schon herausheben. Und das deckt sich wieder mal. Total, ja. Auch heute. Das ist einfach Bad most wanted, ey. Aber, ja, also ich habe sonst nur noch natürlich irgendwie Demos, die ich gerne höre. Escape gab es ja zuletzt als neues Album. Ja. Ich muss leider sagen und ich bleibe bei meiner Meinung, dass ich es halt einfach, eigentlich höre ich die erste CD fast nie, also die mit den neu gemixten Songs, weil es für mich einfach auch moralisch nicht richtig gewesen ist, was gemacht wurde. Weil es halt einfach nun mal so ist, dass zum Beispiel ein Timberland, der da zum Beispiel Escape, glaube ich, gemischt hat, hat halt auch erzählt in Interviews, er hat sich halt gar nicht das Original-Demo angehört, sondern einfach nur die Vocals. Also er hat gar, er wollte nicht mal wissen, was Michael machen wollte. Aber findest du das nicht nachvollziehbar? Nee, find ich nicht. Also aus Producer-Sicht quasi, weil das ist ja, du gehst dann ja an dieses Ding ran, ohne das Original zu kennen und du sollst ja ein Remix machen und manchmal ist das ja praktischer, man kennt das Original tatsächlich nicht und hört nur die Vocals und bastelt da halt was drum. Also das kann ich sogar, aus der Sicht könnte ich es nachvollziehen. Also ich habe ja an sich nichts gegen die Remix-Version. Das Einzige, was mich halt gestört hat, war, dass CD1 die Remixes hatte und CD2 die Originalen. Für mich hätte es andersrum sein sollen. Für mich hätte es auch so sein sollen, dass wenn eine Schallplatte rauskommt, wo nur eine Disc drauf ist quasi, dann doch nicht die Remixen, dann doch bitte die, die Michael gemacht hatte oder zumindest beide. Und ich bin der Meinung, bis heute gibt es keine offizielle Schallplatte, die beide Versionen drauf hat. Nein, gibt es nicht. Nein, gibt es nicht. Ja, und das finde ich halt etwas, ich finde es schade, weil zum Beispiel gerade beim Song Escape, der war fertig. Michael hat den, das war, der war fertig. Warum nochmal neu machen? Ich verstehe schon, wir wollen, dass die einen modernen Sound wollten, aber ich finde Michaels Musik gerade zu Zeiten von nach eben bad oder schon fast zu bad ist die Musik zeitlos. Natürlich hörst du auf Thriller so, wenn du es hörst, hörst du sofort, ja, es ist 80er. Ist aber, ist natürlich nicht blöd. Aber ich finde das ein bisschen blöd, die Sachen irgendwie nochmal komplett von Null auf neu zu machen, weil ich glaube Michael Jackson hatte Gründe, warum er dieses Instrument irgendwo gewählt hat. Und bei Michael haben sie es ja zumindest versucht, also das Album Michael von 2010, da haben sie ja immerhin die Songs versucht fertig zu stellen, so wie Michael sie begonnen hat, bis auf diese drei Songs, die gar nicht von Michael waren. Deswegen habe ich das Album auch übrigens nie gekauft, wegen diesen drei Songs. Egal, das ist ein falsches Thema jetzt. Nee, richtiges Thema tatsächlich. Richtiges Thema, ja. Ich finde schon, richtiges Thema. Aber da hängt man sich dran auf, so. Da hängt man sich dran auf. Nee, wir müssen auch gar nicht über diese drei Songs reden, aber das, was du gerade sagtest, fand ich sehr interessant. Und zwar wirklich, dass das Escape halt rauskam, ohne, also als Schallplatte rauskam, ohne die Originalversion drauf. Und das regt mich auch bis heute auf, denn ich habe sowohl die CD hier stehen, als auch die Platte. Und die CD höre ich aber nie, weil ich keinen CD-Player habe. Ja. Also ich kann halt CDs nur im Auto irgendwie hören, wenn ich irgendwie das mache. Meistens nehme ich mir sie dann aber nicht mit, damit sie nicht zerschrabbeln. Und insofern bin ich auf die Platte irgendwie angewiesen oder auf Spotify. So, und, aber meistens wird es dann irgendwie doch die Platte, weil es halt leichter ist für mich, Platten aufzulegen. Und dann habe ich immer nur die Remixe. Und die Remixe selber kann ich aber sogar ein Stück weit nachvollziehen. Manchmal mag ich das sogar, wenn sie nicht, und da wären wir ja wieder bei Releases eigentlich, wenn sie nicht so sind wie die Releases auf den Maxi-Singles der 90er zur History-Zeit. Erinnerst du dich an diese furchtbaren Techno-Veröffentlichungen? Die aber heute zum Teil, ja die sind schrecklich, aber irgendwie auch schon wieder fast geil, weil sie so schrecklich sind. Aber manche, aber nicht alle. Die auf der Blood on the Dance Floor. Finde ich furchtbar. Mit dem krassen Klavier. Ist schrecklich, aber irgendwie geil auch. Finde ich furchtbar. Ich muss sagen, ich muss sagen, ich fand es auch, als Kind fand ich es auch ganz schlimm. Also zu der Zeit vielleicht sogar, als sie rauskamen, aber ich muss sagen, heute habe ich da so Nostalgie. Aber es liegt vielleicht auch eher daran, ich kann das hören, weil das irgendwie mich an damals erinnert und nicht, weil das voll die gute Musik ist. Nee, ich habe die damals schon geskippt. Ja, ich auch. Damals schon. Damals wie heute. Also furchtbar. Ich habe sie irgendwann mal im Auto durchlaufen lassen und das sind ja tatsächlich Remixes, die hat er ja wirklich so durchgehen lassen. Das wundert mich immer. Da abgesegnet. Oder abgesegnet, ja. Da waren die auf Blood on the Dance Floor auf dem Album, dagegen sind die schon besser. Genau. Ja, auch wenn ich das nicht so oft höre, aber eigentlich fast nie. Ich mache immer nach den ersten fünf Songs aus, also nach den richtigen Songs. Ja, aber nochmal kurz zu den Demos und Escape und so weiter. Das Release war in Ordnung. Ich fand, die meisten Remix-Versionen kann ich nichts mit anfangen so richtig. Slave to the Rhythm ist okay. Ja. Was ich komplett nachvollziehen kann, ist zum Beispiel, wie heißt das, Chicago. Ja. Der Song in der Original-Demo, das ist einfach kein guter Song in der Original-Demo, muss man einfach leider so sagen. Also ich finde die Instrumentation bei Chicago im Original ist furchtbar und langweilig. Und ich muss auch sagen, das ist ein schwerer Song, glaube ich. Also da was auszuholen ist schwierig, weil seine Vocals an sich ja recht geil sind, muss man sagen. Ja. Da war die neue Version okay und die höre ich dann auch lieber. Aber trotzdem, für mich, die richtigen Songs sind für mich einfach die Original-Demos. Und ich fand es schade, dass es halt, die kamen ja auch als teilweise Musikvideos und Singles und so. Und da wurden immer nur die neuen Sachen genommen. Und für eine jüngere Generation, die vielleicht gar nicht, gar keine Fans sind von Michael Jackson oder die gerade ganz neu Fans sind, die haben natürlich nicht gewusst, dass das alles, die Musik zumindest, nicht so von Michael Jackson ist. Das finde ich halt da schade, weil ich glaube, du musst schon, wenn du halt auch andere Fans an Land ziehen willst, sollten die schon wissen, wie denn eigentlich Michael Jackson klingt und nicht wie er klingt, wenn neue Produzenten darüber gehen. Das finde ich halt. Aber an sich kann ich, also das Release, ich war auf jeden Fall da froh, dass was kam. Und ich habe es auch gekauft tatsächlich, vorbestellt. Also ich war dann zwar etwas enttäuscht, aber ich habe es mir gekauft und es ist auch auf meinem Handy. Auf meinem iPhone sagt man ja heute. Auf meinem iPhone ist es auch. iPhone sagt man statt Handy? Nein, ich meine, man sagt ja auch gar nicht Handy, man sagt ja Smartphone, glaube ich. Tut man das? Ich sage immer Handy. Ich sage iPhone, weil ich ein iPhone habe. Ich sage Telefon. Aber ein altes, ich habe ein iPhone SE, von erster Generation, ist alt. Okay, du darfst noch Handy sein. Nein, ich will kein neues iPhone. Very off topic. Ja, die sind mir zu groß. Ich habe einen Punkt hier noch. Der ist halt ein bisschen gemein so, aber es ist schon so, dass ich mir oft wünsche oder oft darüber nachdenke, ob es nicht irgendwann mal passieren könnte, dass das Estate Team halt auch mal irgendwann ausgetauscht wird. Also, weil ich glaube, die sind nicht so, da müssen mal jüngere Leute ins Team. Da müssen mal Leute rein, die irgendwie sich mit Social Media auskennen. Gefährlich. Ah, gefährlich. Denn dann geht es nicht darum, wie können wir so viel Geld wie möglich einspielen, sondern dann geht es darum, wir wollen für eine kleine Gruppe limitierte Releases machen. Und da geht es dann auch gar nicht darum, dass jetzt das Riesengeld kommt, sondern es geht ja gerade, man ist ja von vornherein darauf quasi fixiert oder eingestellt, dass es hier um eine Kollektor, um die Sammler geht. Und da kommt natürlich ordentlich Geld rein, was aber nicht vergleichbar ist mit, wenn du einen Scream, nee, einen Halloween-Film machst. Das ist natürlich viel größer dann, weil es halt mit der neuen Generation auch zu tun hat oder mit den Nicht-Fans, auch mit jungen Leuten und so. Ja, es ist eine schöne Idee. Und das, was du gesagt hast mit einem Archiv online, wo zumindest einige Sachen zur Verfügung gestellt werden, ey, da würden so viele Leute Kohle für ausgeben. Stell dir das vor, so ein Michael Jackson Netflix, wo einfach auch mal ab und zu was Neues dann kommt, über so im Jahr zwei, drei Sachen. Ich wollte gerade sagen, wenn es dann nicht schon wieder nur, also was heißt nur in Anführungsstrichen, aber wenn es dann nicht schon wieder nur die Videos sind, die man sowieso kennt. Oder München 1997 Konzert. Genau, also ich finde, das Estate braucht vielleicht wenigstens im Team mal ein paar jüngere Leute, die mit Social Media sich auskennen und die da ein bisschen frischen Wind reinbringen. Ich sage ja gar nicht, dass alle gehen sollen, aber man kann ja, ich finde, man kann ruhig auch mal mit anderen Leuten zusammenarbeiten und nicht immer alles so selber in die Hand nehmen, weil vieles geht schief da. Und genau, hast du das mitbekommen? Das Estate, das war irgendwie in diesem Monat schon noch oder so, glaube ich, das Estate hat irgendwie was über Michael Jackson gepostet mit einem Bild auch von ihm. Und es war halt einfach ein Bild von Ika Zanova, von einem Dubel. Ja, also auf der offiziellen Facebook Michael Jackson Seite. Und das ist, glaube ich, schon das zweite Mal, ich glaube, das ist vor ein paar Jahren schon mal passiert. Da haben die irgendwas gepostet und haben einfach ein Bild genommen, was nicht mal Michael Jackson zeigt, wo ich mich halt in Auffrage so, ey Leute, kennt ihr eigentlich den Künstler, um den es hier geht? So, weil, ey, das kann doch als offizielles Estate quasi, es kann doch nicht sein, dass man da ein Bild von einem Dubel nimmt. Und das ist ja sicherlich keine Absicht gewesen. Wobei vermutlich nicht John Branker postet, sondern das Social Media Team. Wie heißt sie denn nochmal? Ich weiß sogar den Namen, aber ich habe es vergessen. Anna oder so, ich weiß es gerade nicht. Das ist ja auch eine jüngere Person, die so eine, ja, die macht das Social Media Kram und so. Ja, trotzdem, aber trotzdem muss man noch, irgendwer muss sich das doch mal vorher angucken und sagen, ja, so segne ich dir das ab, poste das. Ja, das sollte man zumindest meinen. Weißt du, was das Problem, glaube ich, ist? Ein bisschen feindlich ist das. Ja, schon. Ich glaube, dass übrigens bei diesen ganzen Veröffentlichungsgeschichten, wo du gerade sagtest, um neue Fans zu gewinnen, der Fanbegriff selber hat sich einfach gewandelt. Und der ist nicht mehr so, wie das eben in den 80er, 90er Jahren war, sondern der ist einfach anders. Deswegen werden auch solche Dinge wie, keine Ahnung, irgendwelche YouTube-Folgen haben halt eine bestimmte Länge. Wir sprachen heute nochmal kurz über Länge unseres Podcasts, aber das hat jetzt damit eigentlich nichts zu tun. Aber trotzdem, das Fansein hat sich, glaube ich, einfach geändert. Und wenn wir jetzt davon sagen, für die Fans, dann meinen wir, glaube ich, eher die Personen, die seit, ja, seit sie denken können, quasi schon damit umgehen und Dinge ansammeln und bad auch nicht nur einmal zu Hause stehen haben. Und ich glaube, das ist der Punkt. Und wenn diese ganzen neuen, das ist ja, ich weiß nicht, ob ich es jetzt hier schon gesagt hatte oder ob wir das im Vorgespräch kurz hatten, die Veröffentlichungspolitik, dass man einfach weg von diesem Albenkonzept geht. Und das habe ich auch tatsächlich mal von jemandem gehört, der in dieser Branche arbeitet, dass einfach Bands heutzutage, also viele, also die Mainstream-Acts eigentlich, es wird nicht mehr groß wert, also es schon, Bands waren das natürlich schon irgendwo, aber es geht so ein bisschen weg vom Album und es geht halt hin zu Spotify-Singles. Und das ist ja, also das ist im Prinzip das, was konsumiert wird und demzufolge auch nicht, gibt es nicht mehr so diesen Fankreis, der die Zeitschriften durchforstet am Kiosk und guckt, steht da irgendwo was drin und ich kaufe die, sobald da überhaupt nur Michael Jackson draufsteht. Und das passiert einfach nicht mehr und das, daran angepasst sind natürlich diese Releases, die vom S-Tape sind, für sie finanziell ein Erfolg, weil das Konzept funktioniert. So, es stößt halt einfach nur die ganzen alten Fans irgendwann vor den Kopf, aber auf die sind sie auch nicht angewiesen, weil die ja sowieso irgendwo schon älter sind, quasi gar nicht mehr die Zielgruppe. Also, das ist das Traurige. Und deswegen kommen, also es ist nur so eine Theorie, aber ich glaube, deshalb regen wir uns gerade über genau die Dinge auf, die nicht kommen. Ja, richtig. Man muss aber auch mal sagen, da habe ich auch oft drüber gelesen, es ist natürlich aber zum Teil auch so, wenn dann was kommt, was wir haben wollten, dann ist es aber plötzlich so, dass man dann, das dann oft geschrieben wird in Social Media Plattformen oder so, so von wegen so, ja, das habt ihr aber jetzt aber auch versaut, weil die Qualität scheiße ist oder so. Ja, so wie du heute sagtest, dass die Videos ja nicht HD genug sind. Genau, genau, genau. Aber das ist dann natürlich, also ich könnte das dann nachvollziehen, wenn das Essay dann nichts mehr rausbringt, weil alle wollen was, dann machen sie es. Dann wird das aber auch wieder als falsch dargestellt. Aber es ist halt, das Problem ist, 2012 eine DVD zu veröffentlichen mit einer Kopie einer Videokassette drauf, die noch nicht mal gut behandelt wurde anscheinend, weil sie einfach nicht gut aussah. Also das ist halt einfach ein Problem und das hätte Michael, also Michael selber hätte es nicht veröffentlicht in der Form. Und da ist halt die Frage, wäre es besser gewesen, noch mal zu warten auf dieses Release, kein Konzert mit reinzutun oder vielleicht einfach hier Yokohama 87, weil da haben sie ja die Tapes von, haben sie gesagt. Ich weiß nicht, ob das die Alternative, ob wir damit zufrieden gewesen wären. Ich bin froh, dass wir das Wembley-Konzert gekriegt haben. Auf der anderen Seite kann ich mir gar nicht mehr angucken, weil ich Augenkrebs kriege davon. Also das ist halt so ein bisschen schade. Als offizielles Release wünscht man sich halt schon dann Qualität. Und wenn das Konzert so auf YouTube gelandet wäre, ja, aus Sammlerhänden, wäre das wieder ein ganz anderes Gefühl. Dann wäre man trotzdem auch glücklich darüber und würde es öfter gucken, weil man weiß irgendwie, das ist ja auch nichts Offizielles. Da kannst du keine gute Qualität erwarten. Ja, und übrigens, ich bin übrigens auch der Meinung hier, sorry, kurz Thema Wechsel ein bisschen, aber das habe ich vorhin nicht erwähnt. Zu den Releases, Konzert-Releases gehört für mich zumindest auch, dass die Triumph-Tour auch mal irgendwie jemand zu Gesicht bekommt. Ja. Weil, ey, wir haben da die Live-CD von den Jacksons, ne? Und das ist ja einfach, also Michaels Stimme ist unglaublich. Und die Instrumentation ist auch einfach irgendwie super funky. Also ich höre das richtig gern, ich höre super gern The Jacksons 81 Live-CD, habe ich auch auf Schallplatte. Das ist eins meiner Lieblings-Live-Dinger irgendwie. Genau. Und das zu sehen auf DVD, das wäre der Wahnsinn. Das stimmt, ja. Das fehlt mir auch, ich bin gar nicht so auf Victory-Tour und Destiny-Tour und so, wäre auch schön, aber ich bin da mehr auf, ey, ich will unbedingt diese Triumph-Tour einfach sehen. Ja. Triumph, ist das der Englische, sagt man das so? Triumph? Ja, auf Englisch? Ja, doch, ich denke schon. Okay. Das ist ja auch ein ganz schöner Tipp übrigens an die Hörer und Hörerinnen gerade, The Jacksons Live heißt das Album und wir kriegen kein Geld dafür, dass wir das sagen, insofern... Der Tipp der Folge. Der Tipp der Folge, sehr schön, ja, der Tipp der Folge The Jacksons Live. Würde ich so unterschreiben tatsächlich, eins meiner allerersten, nicht ganz allerersten, aber eins meiner ersten Michael-Alben. Es war meine erste Schallplatte. Okay, echt wahr? Ja, meine allererste Michael-Jackson, also Michael-Jackson oder Jacksons Schallplatte. Cool. Habe ich irgendwie mit neun oder so, habe ich die gehabt und habe sie jeden Tag gehört, die ist auch total abgeranzt. Ist bei mir ähnlich, meine Schwester hat mir die geschenkt, also insofern auch wichtig für mich irgendwie, zu einer Zeit, wo ich mir nicht dauernd Platten kaufen konnte und sie aber schon älter war und das für mich dann gemacht hat, das war sehr nett. Danke ich ihr heute noch für, großartige Platte. Ich glaube, ich hatte die geschenkt bekommen von meinem Onkel oder so, weiß ich aber nicht mehr genau. Ja, cool. Auch mal übrigens eine interessante, wenn wir schon off-topic sind, weil so off-topic sind wir eigentlich gar nicht, aber dann auch vielleicht tatsächlich, das wäre so mein Wunsch für eine der nächsten Folgen, wäre mal darüber zu sprechen, wie du eigentlich, aber das brauchen wir jetzt wie gesagt nicht beantworten, aber wie du eigentlich mit Releases der Jackson-Familie umgehst. Also ob du da auch viel hörst von oder weniger hörst von oder die alten Jackson-Familie von Jacksons Sachen auch sammelst oder hörst oder ob du das nicht tust. Ich weiß es natürlich ein bisschen schon, ich kenne dich ja eine Weile, also insofern weiß ich das, aber trotzdem, das könnte auch mal noch so ein Thema sein. Vielleicht interessiert das auch noch sonst jemanden, dann könntest du ja mal reinschreiben. Ja, da können wir gerne nächste Folge mal drauf eingehen. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal, weil wir off-topic sind, wie du schon gesagt hast. Bleiben wir doch gleich off-topic. Bleiben wir doch gleich off-topic. Und zwar haben wir, wir haben ja letzte Woche so nebenbei mal gefragt, was sind eure Wünsche an Releases und einen Kommentar habe ich mir rausgepickt, den ich gerne vorlesen möchte. Da müssen wir jetzt nicht noch eine halbe Stunde drüber reden, aber da kann ich nämlich vieles unterschreiben ein bisschen. Ja cool, bin gespannt. Ja, ist das von, der User heißt MJ Live TV und der hat geschrieben, nice endlich, ein neues Video von euch. Und was ich mir vom Estate wünsche, wären, jetzt kommt eine kleine Liste, Victory Tour Toronto auf Blu-Ray, Off the Wall 25, unreleased Songs, Demos, Music Videos, Thriller 25, aber mit mehr Demos, Dangerous, Dangerous 25, das gleiche wie bei Off the Wall 25 plus Live-Konzert, History Invincible 25, das gleiche, ein neues Album mit allen Songs von 2003 bis 2009, Name Michael Jackson und das Yokohama-Konzert auf Blu-Ray, also Yokohama 1987 von dem ersten Leg der Bad Tour. Ja. Das sind die Sachen, die sich MJ Live TV wünscht. Ich kann einiges unterschreiben. Ja, ich auch. Das neue Album mit den Songs von 2003 bis 2009, jetzt nicht, also brauche ich jetzt nicht unbedingt. Dangerous 25, Thriller 25, diese ganzen Anniversary Releases, da haben wir ja jetzt auch schon drüber gesprochen, die können besser werden oder die können überhaupt mal stattfinden. So. Victory Tour, alles, würde ich alles so unterschreiben irgendwie. Yokohama-Konzert, naja, man hat's gesehen oft, man hat's in ausreichender Qualität. Aber natürlich freut man sich irgendwie, glaube ich, auch darüber, wenn es offiziell erscheint. Irgendwie ist es schön, ein offizielles Release in der Hand zu halten. Es ist doch immer schöner als eine Bootleg oder irgendwas aus dem Netz auf YouTube, was vielleicht Rob-Kopie-mäßig da hingekommen ist. Wenn es offiziell ist, dann ist das Gefühl einfach schöner. Stimmt. Und an der Stelle will ich dann auch nochmal ganz kurz auf die Social Media hinweisen, denn wir sind ja auch auf Social Media. Zum einen sind wir auf Instagram, der MJ-Podcast. Auf Twitter genauso, der MJ-Podcast zusammengeschrieben. Wir sind auf Facebook allerdings unter MJJ-Reviews zu finden, auf YouTube auch unter MJJ-Reviews. Und da kann man gerne auch kommentieren, etc., wenn man das möchte, und folgen. Und ja, ich glaube, mehr Social Media brauchen wir auch nicht. Nein, ich glaube nicht. An der Stelle, ich glaube, wir haben so schon ganz schön viel bequatscht. Und ich finde es schön, dass wir uns da relativ einig sind mit den Releases. Ich glaube, wir würden uns an der Stelle verabschieden, wünschen allen einen schönen Tag, welcher auch immer dann ist, wenn diese Folge erscheint. Und ich gebe das letzte Wort an dich weiter, Tim. Tschüss. Tschüss.